Ich zeige euch heute die neuen Pianosounds im PA5X Musikant. Dazu zählen als erster Vertreter das österreichische Grand Piano. Jedes einzelne Sample ist in Originallänge vorhanden. Das heißt, auch die tiefen Töne klingen bis zu 32 Sekunden aus. Und das in verschiedenen Dynamikstufen. Wunderbar zum Spielen. Der neue italienische Grand. Der japanische Vertreter. Kombinationen aus Digital Piano und akustischem Pfünkel. Oder ein richtig cool klingendes Pop Piano für Disco Sounds. Es gibt Kombinationen Klavier und Flächensounds. Dazu vielleicht mal einen Style. Klavier und Klavier. Musik Musik